Hier bin ich, um die Grundlagen der Technik des Klotschießens zu vermitteln. Klotschießen heißt es im Oldenburger Land und in Ostfriesland wird diese Disziplin des Friesensports Flüchten genannt. Geworfen wird mit einer durchbohrten und mit Blei gefüllten Holzkugel. Das Gewicht der jeweiligen Kugel ist alters- und geschlechtsabhängig. Die Wurfvorbereitung beginnt mit einer Konzentrationsphase. Danach der Steigerungslauf bis zur Absprungmarke vor dem Sprungbrett. Die Länge des Anlaufes ist individuell verschieden. Die Geschwindigkeit ist jedoch genau so schnell, dass die Energie der Anlaufgeschwindigkeit auch auf dem Brett umgesetzt werden kann. Also abhängig von der Muskulatur des Werfers. Wie hier zu sehen ist, sind in kürzester Zeit aufeinander folgende, fast gleichzeitig auszuführende Aktionen erforderlich. Nachfolgend gehe ich auf die unmittelbare Wurfvorbereitung und die einzelnen Phasen des Wurfes ein. Kurz vor dem Erreichen der Absprungmarke führt der Werfer seine Wurfhand nach vorne. Mit dem letzten Schritt vor der Abwurfmarke beginnt er mit der Rückbewegung des Wurfarmes und führt die andere Hand in Richtung Ziel, also nach vorne. Der Rechtshänder springt mit dem rechten Bein, das nun die Absprungmarke erreicht hat, ab. Dadurch, dass er die rechte Hand nach hinten und die linke Hand nach vorne genommen hat, erfolgt nach dem Absprung eine Viertelrotation des Körpers. Zur gleichen Zeit wird der Wurfarm von hinten mit einer Drehbewegung eng am Körper entlang geführt. Kurz bevor der Wurfarm den höchsten Punkt der Kreisbewegung erreicht hat, erfolgt die Landung mit dem rechten Fuß auf dem unteren Viertel des Sprungbrettes. Der Wurfarm wird weiter beschleunigt, wobei der linke Arm schnellstmöglich an den Körper herangezogen wird und das linke Bein setzt im oberen Viertel des Sprungbrettes auf. Der gesamte Körper wird gestreckt und die Kugel verlässt aufgrund der nunmehr herrschenden Zentrifugalkraft die Hand des Werfers.